Wir sind Europa. Am 9. Mai ist Europatag. Viele steirische Gemeinden feiern in dieser Woche. Information rund um die Europawahl im Juni. Themen grenzüberschreitende Sicherheit, Konsumentenschutz, Klimawandel, Wirtschaftskrise. Am Donnerstag beim Europa-Fest in Graz zeigen Schulen und Initiativen am Hauptplatz, wie kreativ und innovativ unser Europa ist. Unterhaltung mit Europa-Modeschau, Musik der Big Band der Militärmusik und Mixed Music. Wir sind Europa. Am Donnerstag in Graz.